Herzlich Willkommen ey! Boys and Girls! Schön, dass ihr da seid. Wir spielen ein bisschen Straywater. Wir haben es 15.05 Uhr und Freitag? Freitag? Samstag! Den 3.09.2022. Schön, dass ihr da seid. Ich habe die Cam ein bisschen angepasst von den Farben, weil ich habe jetzt TikTok Clips gemacht, dass ich relativ rot aussehe. Es ist halt so ein Abfucker halt so. Ich habe ja mehrere Monitore so, aber sie sind halt von der Darstellung der Farben halt nicht gleich und es fällt mir halt auf, wenn ich darauf achte, auf dem unteren, wo OBS drauf ist, sehe ich relativ blass aus und wenn ich auf den oberen gucke, wo OBS auf ist, da sehe ich richtig krass rot aus. Was? Wem soll ich jetzt glauben, welchen Monitor? Alter, ich gucke auf mein Handy, weil da kannst du ja zwar auch Farben irgendwie so anders einstellen, aber halt nicht so, wie beim Monitor sagen kannst, ey, ich möchte jetzt hier gern ein Gaming-Profil haben oder so. Ich gucke mir das einfach an, aber ich möchte nicht in den Stream-Manager rein. Kann ich mir auf Twitch in der Twitch-App irgendwo anzeigen lassen, dass ich meinen, also meinen eigenen Kanal, also kann ich mir das da irgendwo... Ne, das ist der Chat. Ich würde gerne Twitch... Ah, ich habe es gefunden. Okay, ich gucke mir den... Ach, komm, Alter. Ja, Alter, jetzt ist mal 20 Minuten, dass wir hier... Ja, ich will bloß den Stream sehen. Ne, ich finde, da sieht es wieder relativ natürlich aus. Von... Auch einen Tick rot, finde ich, ne? Auch einen Tick rot. Machst du ein bisschen heller? Aber warum ist jetzt der Chat hier mit dabei, ne? Ich, 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 Alter, die Twitch-App und ich... Hm... Ne, ich würde sagen, ich müsste es noch ein bisschen weniger einstellen. Ich muss noch ein bisschen rot rausnehmen, würde ich... Also, das heißt rot. Ein bisschen Kontrast rausnehmen. Das beschreibt es eher mal so... Ich habe generell selber schon so ein bisschen eine Farbkorrektur drauf, weil ohne Farbkorrektur würde es so aussehen. Da habe ich so einen relativ krassen Gelbstich, finde ich halt, ne? Ich finde, es sieht halt sehr unnatürlich aus. Also, gelb, grünlich und... Also, man sieht Unterschied. Jetzt ist es aus, an, aus, an. So, man sieht schon Unterschied, finde ich, ne? Ich finde, ich finde es an. Ich sehe gerade am Handy. Es sieht anscheinend deutlich besser aus, halt, ne? Aber da muss ich noch ein bisschen, äh, mehr, äh, Wasser-Sättigung nehmen. Nicht gedacht. Mach mal so. So sehe ich hier unten richtig todesbleich aus, ne? Aber am Handy? I don't know. Ich gucke mal, ob ich es da sehe. Hier? Sieht besser aus. Ah, ist schon ein deutlicher Unterschied, oder? Also, bei mir sieht es, äh, jetzt sieht ich auch schon gefühlt fast schwarz-weiß aus, Alter. Ja, aber es sieht viel besser aus. Es sieht viel besser aus. Okay. Wieder was noch dazu gelernt, ja? Ja? Dankeschön, wir haben auch gesagt. Tschüss, okay, bis zum nächsten Mal. Okay. Ähm. Sieht jetzt aus? Sieht aus, als wenn es aus ist, oder? Ja. Ich bin auch dumm, Alter. Ich hätte es einfach ausgelassen, ey. Wollte ich das sagen, es sieht so weird aus. So, dann fehlt mir hier noch... Ähm. Alter, mir fallen so viele Sachen auf, ne? Die Twitch-Statistiken habe ich hier oben gar nicht drin, in dem anderen. Dankeschön, jetzt sehe ich euch die Zuschauer endlich wieder. Äh, warum ist mir das völlig aufgefallen? Aber, ähm, wo ist denn gehört? Jetzt haben wir es geschafft hier. Alles... Warum ist eigentlich doch... Ähm, ähm. Meine Güte, warum ist da eigentlich noch Voice-Mod hier hinterlegt? In der ganzen Sache? Das habe ich doch entfernt. Alter. Weil die Erweiterung einfach einfach kacke ist, so. Und das überhaupt nicht richtig funktioniert. Das ist einfach so... Alter, Voice-Mod ist auch so sehr sass, Alter. In ihrer Sache da. Ich weiß auch nicht. Also, so richtig... Weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Wo ging denn das? Ey, da ist es heute wieder... Auf jeden Fall ein guter Anfang... ...zum Streamen. Warum steht hier neu? Höhere Anteil und Werbeeinnahme. Affiliates und jetzt 55% der Werbeeinnahmen beteiligt. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Okay, also kriege ich erstatt 6 Cent, kriege ich jetzt wahrscheinlich 9 Cent oder so, ja? Also, das ist, äh, warte mal. Das sehe ich doch hier. Wir machen das hier wirklich ganz transparent, ja? I mean, was habe ich zu verstecken bei den Einnahmen halt, ne? Werbeeinnahmen, äh, aktuell... Oh, 4 Cent. Aber wir rechnen in Dollar, ne? Also, wir rechnen von amerikanischen Cent. Also, in Euro im Regel noch weniger, ja? Und da kommt halt noch, ne? Die Transaktions- oder Wechselkurs-Differenzen von Paypal drauf zu. Das Paypal sich einfach dir hilft wie die Tasche-Eigensnack, weil Paypal uns so einen schlechten Wechselkurs gibt manchmal, ne? Das ist echt schlimm. Ey, also, in letzter Zeit ist es richtig auch, weil man Sachen kauft, die so halt nicht nur 3 Dollar kosten, sondern halt mal 25 oder so. Der Wechselkurs von Paypal ist richtig kacke. Da wirst du teilweise wirklich 2, 3 Euro einfach diese dir auf dem schlechten Wechselkurs mit draufdrücken. Pro Tipp, wenn der irgendwas kauft in der Fremdwährung, sagt immer, ey, wollt man Euro zahlen bei Paypal. Nimm nicht den Wechselkurs von Paypal, der ist, der ist, der ist richtig hart. Kacke. Dann wird der Wechselkurs in eurer Bank genommen und der ist deutlich besser. Ja, aber eigentlich, warum gebe ich jetzt Finanztipps, Alter? Ja, ich will eigentlich bloß diesen Scheiß-Erweiterung hier rausnehmen. Wo ist denn das gewesen? Oh Gott, ey, ne? In diesem Dashboard, ich find wieder gar nix hier. Stream-Übersicht? Ne. Oh, das ist das. Anzahl der Zuschauer. Ne, das will ich auch nicht. Ist auch wieder geil, wie ich aber jetzt im Stream... Einfach hier durchklicke. Warte mal, ich denk mal bei Kanal... Zeitplan, empfohlene Inhalte... Was zum... Marke. Ne. Na, wo ist denn das? Es gab irgendwann auch mal... Gibt's das überhaupt noch? Wie komm ich da hin? Ich weiß es nicht. Irgendwo gab's nur eine Seite, wo man die ganzen... Interaktionen mit... verwalten konnte. Aber ich hab jetzt alle Punkte durchgeklickt. Und... Ich find's nicht. Ach, Erweiterung wahrscheinlich. Meine Erweiterung ganz unten. Ja, da, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Und... Lass schon weg mit dir. So, jetzt ist Voice-Mode auch... Äh... auf klarkommen. So. Aber schon so leid, Boss & Girls, ja? Achso, was ich hier geguckt hab. Ne? Hab ich überhaupt Ton? Hört ihr mich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich hätt auch am Handy gucken können. Warum hab ich denn da keinen Ton gemacht? Ach, keine Ahnung. So, jetzt haben wir gleich für den Echo, wenn ich Ton hab. Mal gucken. Ich bin gespannt. Und... Gucken können wir, warum hab ich denn... Ja, wir haben Ton. Sehr gut. Ich bin froh. Ansonsten hab ich den... den ausschlaggebenden Punkt gefunden. Dafür gedacht, dass er das nicht richtig... anzeigt. Oder... überträgt den Ton. Es war auch ein ganz schweiler Fehler halt, ne? OBS zeigt mir halt an. Ich habe Ton. So, ich sehe den Ausschlag. Und ich rede ja auch. Ich erzeug ja auch Ton. Äh, wir... Äh, wir sollten... Aber es wird einfach nicht zu OBS gesteckt. Äh, zu Twitch gesteckt. Es war halt so... What the fuck? Ich habe keinen Punkt, das mitzukriegen. Außer den Streamen wirklich aktiv zu gucken. So, weil OBS zeigt... Alles gut, alles schick, alles easy, alles toll. Aber nö. Der Rest. So. Ich glaube, ich esse den Kegel versuch, umzurennen. Nur Clementina und das Surf natürlich. Oh yes, der kann wirklich umrennen. Als ob. Das ist cool. Hm. Ich stelle wahrscheinlich nicht. Au! Ich habe mir mal ein bisschen Teer gegießen. Mega mal. Ich habe so ein ungesund. So ein trockenes Gefühl. Umherz ich das auch nicht, ey. Das habe ich auch beim Schlafen. Da habe ich im Bett liegen. Aber ich habe so richtig so ein... Wie so ein Jucken im Rachen, ey. Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtig peltan. Dann liegst du ja auch am Bett. Und du musst einfach nur husten. Und das wird aber nicht besser. Und Ola sitzt einfach... Liegt einfach da und... Hältst es einfach aus. Und irgendwann geht es mal rein weg. Richtig doof. Ola nimmst du Husten. Aber das sehe ich nicht ein, Alter. Diese Tür ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis. Okay. Ich glaube, wir können sie... von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Okay. Machst du? Du bist Exit dran. Seitdem ist ein Kontrollraum. So, dass ich ihn hebe. Ja. Ist aber nicht bewacht. Ich staune. Dafür, dass die Leute ausbrechen, ist es halt echt schlecht bewacht, oder? Ich finde auch, dass es ganz für ein Gefängnis sehr umfunktioniert wirkt. Es war nie ein Gefängnis. Es ist einfach so zu einem umgebaut worden, ne? So, weil... Man, hier ist einfach eine Straße. Hier sind Strommasten drinnen. So. Hier ist direkt so ein Auto. I don't know. Was? Klementine? Achso. Die war einfach uns, glaube ich, oder? Klementine? Ja, 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 ja. Okay. Okay. Ich soll selber auch einen Weg finden, einfach irgendwie da durchzukommen. Mal gucken. Ah, liegt ein Fahrrad. Okay. Deswegen kommen wir da nicht weiter. Der Zaun liegt ein bisschen schief hier, aber leider auch nicht. Okay. Das ist ein dicker Balken. Da könnte, wenn man was da hinschiebt, könnte wieder raufspringen. Können wir auf die Ladenfläche rauf? Nee, können wir nicht. Okay. Wait, what? Da ist ein... Ah! Ja, dann muss der Auto zurückfahren. Klementine. Wir haben Glück, dass wir die Schlüssel stecken lassen. Ja, irgendwie für ein Gefängnis richtig dumm, oder? Warum lassen wir denn dort einen Autos auch fahren mit Schlüssel stecken? Springen auf die Ladefläche des Lusters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gezielten Bereich zu gelangen. Oh, klar. Gar kein Problem. Ach, von hier. Gibt es eigentlich noch die Änderung? Es ist so eine Riesenlücke da drin, das ärgert mich echt. Ja, also auf jeden Fall... Ich hoffe, dass es eine Geschichte hat, aber eigentlich steht da echt viel Müll auch rum, oder? Und keine Bewachung. Ich staune echt. Warum ist da ein Blumentopf auf sie? Es ist so müllig. Aber hier ist einfach Erde. Hier liegt ein Spinnenweben. Hier ist einfach Dreck. Und weiß ich nicht. Wir da, Knast. Aber wenigstens Alarm. Ja, geh, wenn das so auf ist. Schon mal etwas. Was ist denn hier? Überhaupt, wie weit sind wir von der Stadt weg? Wir haben einen Tunnel. Oh, fuck. 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 Fuck, fuck. Fuck, fuck. What is'n da halt hier? Ging doch in der Stadt. Das ist ja gesichert berechnet, als er außen wegging. Da kamen sie hergefahren, glaube ich, ne? Das ist der Start, genau. Ah, wir fahren zur U-Bahn runter, ne? Oha, wir müssen so aus. Oh Gott, ich könnte hier wegstehen. Das ist doch zu heiß. What? Warum hat das so gemacht? Tim Tidum muss mitkommen. Was? Clementine, nein! Komm doch mit! Hä, wo ist das Problem? Wir schaffen es auf keinen Fall. Was? Wir werden es auf keinen Fall alles schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Aber du kommst doch mit! Komm, Clementine! Wo ist denn das Problem? Komm doch jetzt mit! Du musst dir doch nicht auffalten. Die schaffen doch wohl eine Batterieansitzung, um die U-Bahn zu starten, oder nicht? Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Äh, im Manifest der Außenwelt steht. Nee, wir müssen alle um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Clementine, aber bitte, komm doch mit, Alter! Nein, komm doch mit! Ja! Du gehörst jetzt, äh, zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss tun. Ja, aber wir können auch zwei, oder nicht? Komm doch mit, Clementine, bitte! Gegenstand! Äh, U-Bahn-Schlüssel haben wir bekommen. Geh jetzt! Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher. Kleine Außenwelt, Alter! Clementine, komm doch bitte mit, Alter! Oh, shit, die Drohnen kommen. Ich habe, aber, weiß ich nicht, hätte es da keinen anderen Weg geben können? Hätte es da keinen anderen Weg geben können, außer den? Ach, Mann, das ist voll sad, dass sie jetzt einfach sich... Ich dachte, wir hauen mit der gemeinsam ab. Hier soll ich herkommen. Der, der Roboter, der hier meditiert, der ist nicht mehr hier. Oh, können wir Katzenradio hören? Einfach alles, was Katzenbedingungen ist, ist irgendwas mit Katzen im Namen. Katzenradio, Katzenball. Katzen, weiß ich nicht. Tennis? Alter, Clementine! Komm doch bitte mit uns mit! Oh, ist die Musik so leise? Besser. Ich war so leise, ich war so nicht. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ich bringe das Uwe jetzt direkt in die Außenwelt? Ich denke mal nicht, oder? Oh, ich wollte nicht die Lampen machen. Aber, weißt du, die Energiezeile müssen wir hier unten einsetzen. Die können wir alle bewegen, das ist cool. Das ist cool. Können wir uns hier aufsetzen? Ich glaube, da... Also, wenn wir die umkippen. Es würde mich natürlich interessieren, aber ich glaube, wir werden wir nicht schaffen, oder? Mit ein bisschen Tricks vielleicht. Ob die wirklich so modiert, dass sie unten eine ganze Fläche sind, oder ob sie wirklich von innen hohe sind. So, wie sie eigentlich ja in echt sind. So, Kirche Kegel. Warte, das interessiert mich jetzt echt. Wie die... Ups. Der Teil gerade da so ist. Wollen wir die irgendwie umkippen? Wäre schon toll, wenn ich die umkippen könnte, oder? Ah, okay. Okay, er ist unten geschlossen. Ja, okay. Habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Ja. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, die von... Also, hohe zu modellieren. Da, genau, da ist es, wo wir Energie zu einsetzen, aber... Es gibt ja auch keine Möglichkeit, mir irgendwelche Erinnerungen zu finden, ne? Also, rein mit dem... Der... Batterie. Da ist er, genau. Sehr schön. Oh, Neo Corporation. Äh, die... Besser. Ups. Sehr schön. Ich glaube... Er ist doch ziemlich laut, ne? Also, komm, wir müssen runter machen wieder. Jetzt besser. Ah, guck mal. Ist es... Ist es gewollt? Ist es ein Pack? So. Ist es gewollt, dass es hier mehr auffällt, oder? Soll das das sein? Ey, finde ich mega cool, wenn das wirklich so sein soll. So einfach so als, ey, Achtung, ne? Hier ist die Bahnsteigkante. Pass mal bitte ein bisschen auf. Sieht so aus, ne? Sieht sehr gewollt. Ist auch mal die Fläche berührt, denn... Heads up, oder? Aber das ist eigentlich eine richtig coole Idee, so etwas zu machen. Und jetzt sagen, ey, das läuft hier rot auf. Wenn man diese Fläche betritt und als Warnung so, ey, guck mal hier, Achtung. Bist ganz schön dicht schön an der Bahnsteigkante dran. Keine schlechte Idee, endlich. Müssen wir jetzt einschalten? Ne, das war einfach. Wir müssen jetzt rein. Und als Katze anscheinend einfach nur U-Bahn starten. Wie ruhig ihr das schaffen soll, dann würde ich das überraschen. U-Bahn benutzen. Und das ist doch eine Tür. Mal gucken. Das wäre überraschend, was jetzt passiert. Ah, okay, du kannst die Tür damit öffnen. Anscheinend wieder U-Bahn. Irgendwie. Wie auch immer. Anscheinend. Jetzt fährt die U-Bahn los. Was ist denn hier schon wieder? Ich muss Hände zum Laden reinstecken. Und ne? Jetzt habe ich Glück, aber ich musste noch nicht zur Arbeit los, ne? Mal gucken. Ich drücke die Daumen, ja? Dass es auch so bleibt. Oh, der Kontrollraube geht richtig. Was ist denn jetzt los? Kontrollraube. Okay. Nächste Etappe. Wir sind also in der U-Bahn unterwegs. Wollen wir uns ins Stuhl setzen? Ich würde gerne rausgucken oder so. Oh. 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 Irgendwann gekommen. Ja? Oh. Oh, so eine Station, die auch vorne zu sind, jetzt hier angehalten, wait a minute, das ist einfach so eine ganz normale, oh, hier der Rand läuft auch rot, das ist wirklich so gewollt, ne, ich finde das mega geil, gibt es das irgendwo schon echt? Ich finde das ist eine richtig coole Sache, dass so diese Pads hier vor so druckempfindlich sind und dass sie dann so rot aufleuchten, das ist relativ, das ist dezent, das nervt jetzt nicht, ne, aber ich finde es eine coole Sache, ich finde es, ich finde es, ich bin fasziniert von diesem, von, also warum, er hat sich ja wirklich damit hingesetzt und hat dieses Feature einprogrammiert, dass diese Pads einfach halt so rot leuchten, ich finde es, ich finde es echt interessant. Aber da ist ja ein Roboter, ne, ich kann uns helfen, das sieht man nicht, oder? Enjoy the world's safest city, world city 99, okay, Ausgleich, das ist die Richtung, Fahrstuhl, Rolltreppe, nicht rauchen, aber ich sehe es einen Plan, ne, ich tue die Werbung ein bisschen kaputt, ah, das ist der Linienplan, Ah, da kann man nicht lesen, aber das ist richtig cool, dass ich auch so über dieser, also so ein Lichtband hier einbinden und dann darüber halt so die, die Information zu dem, zu dem, zu der Linie, also ich finde es eigentlich echt ein cooles Design für so einen U-Bahnhof, oder? So ist es relativ sinnvoll, so man sieht direkt, wenn man halt zum Bahncheck guckt, man sieht die Information zu seinem Zug, was man halt wissen muss, welche Station, welche Richtung, ne, so. Und man, und dann hat in den, in den Enden halt immer so die Ausgangs- und Hinweisschilder, wo geht es jetzt hin und so. Wer bist du eigentlich? Hilfe 477, hallo, wie kann ich dir helfen? Ah, okay. Einfach so ein Service-Bot, wie auch immer. Und das ist jetzt hier so ein Fahrkarten-Automat, ne, doch nicht, Cold Drinks. Du, der ist ja ein bisschen broken. Hm. Kann man hier noch eine Änderung finden? Ah, okay, wenn wir das Änderungsrück, wir müssen mal gucken. Ah, ich sehe aber so einen Kontrollraum an, da ist doch die Etappe. Guck mal, die Rolltreppe. Die Rolltreppe sieht aber auch cool aus. Das Glas hat so ein bisschen seine Probleme mit dem Effekt, aber herrda. Richtig. Er sieht sehr futuristisch aus, ich finde aber eigentlich auch richtig cool, so vom Design her, oder? Ja, so für den U-Bahnhof. Richtig cool. So klar, das ist für Treppen und so, für Leute, die Treppen mögen. Oder wenn die Rolltreppe nicht geht halt, ne. Aber sonst, Wall City 99. Hier sind so patelle Bäumchen, so Sitzbänke. Guck mal, der streicht da. Ja, der schnippelt ja in den Baum rum? Er schnippelt irgendwie in den Baum rum. Sein gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Nein, 99, okay, ja. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sehr vorsichtig mit der frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ah, das lässt sich mir nichts einmal sagen. Oh. Soll ich jetzt Farbe an den Furken? What the heck? Wenn ich glaube, dass die Frau durchgeht. Aber die bleibt nicht dran eng. Das ist ja... Was sind Katzentatzen? Warte mal. So ein bisschen? So ein bisschen funktioniert das, aber so richtig haben sie es nicht gemacht. Die Farbspur ist zu kurz, das ist was es ist. Aber so ein bisschen Katzentatzen können wir hinterlassen. Ah, okay. Ich verstehe. Wie sind die eine Geländerkatze, glaube ich. Ja. War doch richtig cool hier. Was steht da? City, Seal, violating the rule of government, resolute and heavy prison sentence. Also Verstoß gegen die Regeln der Regierung wird schwere Konsequenzen haben. So nach dem Motto irgendwie so eine Art. Okay. Also sie sind im City, Seal. Okay. Hallo, Mister. Guck gerne da durch. Der Grüße wohne unter Maurstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund einer Eindämmungsmaßnahme verschlossen. Ach, die Tür an die Oberfläche. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, die sind sehr höflich. Wait, was zum? Achso, man sieht die Stadt hier. Oh. Oha, guck mal, unten sind wirklich so die Ghettos, die Slums und oben so die bessere Stadt halt, ne? Und da wir waren davor, glaube ich, wenn ich sage, das ist das Gefängnis. Und da unten, das weißt du ja, die Neokörper, die ganzen Müllhilden da unten, die Zogs und alles eskaliert da komplett, ne? Und die scheißen da drauf. Da ist der Aufzug, ne? Da vorne, oder? Das ist der Aufzug. Wollen wir weiter in die Richtung gehen? Ah, ne, ich kann nicht weiter von der Richtung gucken. Aber das ist der Aufzug da unten, oder? Das hier? Das müsste der Aufzug sein, ne? Ihr seht es ja über den Eye-Tracker. Ich glaube, ne? Ich versuche so ein bisschen wiedererkennen, wo wir waren, aber es müsste das sein. Es könnte hinkommen. Und dann ist es hinten da, wo die ganzen Leitung ging, das ist der Funktum, wo wir waren, wo wir den Sender angebracht haben, ne? Jetzt überlege ich, wie sind wir dann zu U-Bahn gekommen? Wir sind irgendwie über die Flüsse, durch die Kanäle, durch die Kanäle, die Kanäle dazu gereist und sind dann an der oberen Etage herausgekommen irgendwo, ne? Ja klar, am U-Bahnhof. Stimmt, ne? Wir sind ja noch bei diesem Baum gewesen, dann dadurch haben wir dann höher gewonnen. Ich habe gerade gedacht, wo haben wir denn jetzt höher gewonnen? Ja, nach oberen Etage, weil sie über diesen Baum hochgeklettert und wir haben ja noch den anderen Dude zurückgelassen. Der ist ja auch da, hat nur uns geholfen. Er hat sich zurückgestattet, das ist wirklich bloß für uns getan. Der ist jetzt immer noch da wahrscheinlich, hat er keine Ahnung. War da schon crazy, wie viele da einfach jetzt gesagt haben, ey, mach du einfach. Äh, ich bleib hier. Mal Hauptsache du kommst raus, so. Die haben sich einfach zurückgestellt in den Bedürfnissen und haben gesagt, ey, mach halt du einfach hier, ne? Ist okay, wir kommen damit klar. So, ich bin gleich einfach jetzt hier. Ich opfer mich für dich und halte die Cops ab, halt und so, ne? Ist schon crazy, wenn ich das so überlegt, oder? Aber ist schon cool, dass man die ganze Stadt mal so sieht, ne? Ja, mega schön. Auch so gemacht einfach, nach von den Details. Sieht einfach aus wie so ein kleines Modell im Endeffekt. Aber es war einfach die ganze City, die viele Maschinen hier leben und so. Und das ist die Kuppel halt, die man sieht, ne? Mit diesen, ja, ich sag mal sehr eigenen Sternen, ja? Einfach so ein paar Kreise mit Lampen, aber. Ja, mega cool gemacht einfach. Aber ich bin glücklich, dass das jetzt der Aufzug ist. Die haben sich safe in Absicht halt deaktiviert, dass sie halt nicht hochkommen. Und ich hab keinen Bock auf die haben. Ich hab nicht gerade, wo ist denn der Nachtclub denn da? Ich glaub, ich glaub, die mittleren Gaste sind viel langgelaufen, ne? Ich glaub, wie die ganzen Schieder sind. Da waren wir gewesen, denk ich mal. Du schnippelst dir schon den Baum? Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Ich verstehe. Bitte, wenn ich halt zufrieden... Ja, 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 okay. Verstehe. Ein zertifiziter Ingenieur. Oh, der putzt die Scheiben. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel. Wir haben ja noch. Hallo, Mister. Hallo, äh, mein, der hat ja auch gewollt, dass Fenster putzen. Ja, okay. Wir haben das erste Zimmer. Das andere ist das gleiche, wo ich hin soll. Verstehe. Oh, da ist ja noch einer. Ich hab echt viele von denen hier. Äh, hallo, wie kann ich dir helfen? Okay. Ja, macht den Boden hier sauber. Und hier geht's, weiß ich nicht, wahrscheinlich zu irgendwelchen anderen... ...Bahnsteigen oder sowas, denk ich mal. Oder, weiß ich nicht. Das ist ja in der City, das ist ja die Oberfläche. Wahrscheinlich gibt's irgendwelche Leute zu irgendwelchen Geschäften und so Ruheräumen vielleicht oder sowas halt, ne. Ich find, es sieht eigentlich richtig cool hier aus. Ist das ein Toiletten? Kann ich da rein? Mal gucken, wie sehen denn Roboter-Toiletten aus. Das ist der Kontrollraum. Inspizieren. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Macht Sinn, um, wenn die Maschinen irgendwie jetzt irgendwelche Fehlfunktionen haben, dass man halt sicher ist vor denen halt, ne. Und dass so ein Mensch reinkommt. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigungs-Sicherheitsprotokoll. Vielleicht, äh, können wir diese Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, ich denke mal schon, oder? Ich bin auch kein Mensch, ich bin eine Katze, aber... Weiß ich nicht, ist ja noch so ein anderes Terminal, wo wir rankommen. Wir haben sogar extra... Ne, ich dachte, wir haben es markiert, dass wir das nicht verstellen sollen, weil dann Terminal ist, aber... Diesem Bereich sollte ich zwischen, weil es markiert ist. Sondern bei so einer Wartungsklappe. Können wir da... Hm, ist das wieder so ein Y, was ich hier nicht nutzen kann. Wollen wir jetzt? Also manchmal sind die, die, die Hitboxen oder, naja, die Bereiche, die man haben muss und damit zu hintergehen, echt eng, ne? Und das ist echt geil, dass dieser Topf so von unten so einen beleuchteten Ring hat und so den Baum von unten so anleuchtet. Sieht halt einfach richtig gut aus. Es sind unterschiedliche Toiletten. Was sagen wir, gleich ein... Oh, oder? Oh, ne, ist auch nicht. Okay. Dieses... Das ist unter dem Kreis, ist einmal gedreht. Okay. 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 Aber es sieht sehr slightly anders aus, also man muss genau einen Unterschied zu erkennen. Ah, hier sind ja noch unsere Freunde, ich wollte schon sagen. Irgendwie muss ich da rankommen, oder ist hier so, dass man... Das ist out of range, dass man kommt, gar nicht ran. Na, komm mit. Kann er, kann er, kann er Treppen fahren? Hallo? Ist er? Er hat den Weg nicht gefunden, okay. War zu schnell. Ah, er folgt sich außer diesem Bereich. Ah, er darf doch nicht raus. Ich verstehe. Okay, wir haben sie instant gelöst. So was man halt nicht mit denen, die Treppe runterzufahren oder so halt. Sehr nett, dass du dich da teig einparkst. Finde ich nett von dir. Aber... Also, sorry, ne, aber... Also... Y geht immer noch nicht, ne? Warum denn nicht? Ist das echt schwierig, oder? Ich irgendwie an den Betrachtungswinkel irgendwie da... Ja, A. Schön, dass da A leuchtet. Ich brauche Y. Ne, es geht nicht. Das nervt mich jetzt ein bisschen, ne? Oh, ähm... Tastatur ist das Q. Das ist echt nicht so gut gemacht. Ist... Ich wähle jetzt... Ach, come on! Da ist jetzt echt wohl... Anfängt, dass das so... Das ist halt ein Bug, der echt nervig ist, ne? Ich denke mal nicht, ne? Ah, doch. Ich hab was übersehen, okay. Äh... Territorium, ich hielt mich da halten. Oh, aber ich war ne freche Katze. Wir haben einfach hier... Den ganzen Kamelbaum kaputt gekratzt, ja? Ah, ich verstehe. Er musste das hacken. Also sozusagen aufhalten. Und in der Zeit, wo er das aufhält, oder... Manipuliert. Mussten wir denn... ...unse Katzen-Hacker-Skills da einsetzen, um die Tür zu öffnen. Musst du mit? Ach ja, sonst ist wieder deine Tasche drinnen. Okay. Geht's jetzt auf? Sehr schön. Hallo, ist hier ein zertifizierter Sicherheitsingenieur. Äh, das ist der Kantorraum für die gesamte Stadt. Ach, das ist die gesamte Stärke. Ich hatte bloß für die U-Bahn-Station. Äh, von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Einfach komm, du verlassen. Lasst hier einfach Tassen rum, ne? Also einfach so... Ah, du wechseln, ne? Das ist crazy. Ich weiß noch, wie sehr ich... Ich, äh... Sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genutzt. Gibt echt schlicht hier oben aus, oder? Da würde ich auch arbeiten. Äh, die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Sie sahen zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Meine Güte. Ja, verstehe ich halt, ne? Da ist halt auch ein bisschen assi so. Die spielen einfach Gott da oben, ne? Und meine... Solche Macht, glaube ich... Lässt einfach schnell so groß und größenwahnsinnig werden, ne? Und falsche Entscheidungen treffen, einfach, ne? Also dort wirklich weise und richtig zu entscheiden, ist schwer auf Dauer. Aber ich hätte schon Bock, in so einem Kontrollraum, mit so einer geilen View zu sitzen. Und auch, es sieht ja auch chillig aus. Ich sitze über Tische, da ist ein großer Flatscreen aus dem Getränkautomaten, eine Couch halt, ne? Ey, kann ich mir vorstellen, da zu arbeiten, ne? Aber dir kann man... Was? Aber dir kann man noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Klar gehen wir gemeinsam. Wir wollen aber noch B12 mit, ja? Der hat gute Vitaminen. Der hat das wichtig. Hm. Ich werde die Erinnerung an die Menschheit und die Menschen, die ich hier liebt habe, immer in mir tragen. Das glaube ich dir. Ah, das war jetzt die Haupterinnerung. Ah, okay, verstehe. Aber ja, die Lampen sind sehr futuristisch aus. Und die Beton und so. Ich finde, sieht voll cool aus. Also wirklich? Ne? Richtig cool. Und dass wir wirklich die ganze Stadt als Modell hier haben, ne? Also sozusagen, es ist ja nachgebaut halt, ne? Das ist schon echt cool. Ich glaube, die Zugsanfalle war gar nicht alles so rot. Hier unten waren wir auch irgendwo, ne? Im grünlichen Bereich. Haben die den Wissenschaftler gerettet, ne? Und hier unten waren wir auch... Da sind wir runtergefallen wahrscheinlich, irgendwie, ne? Irgendwie. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt doch, wo sind wir gestartet. Hm, da sind wir aber durch ein Torreff. Wir sind irgendwie außerhalb dieser Wand runtergefallen. Irgendwie zu einem Schachten. Dann sind wir da rein. Dann... Ja, sind wir hier durch. Wir sind hier über die Brücke und so. Irgendwann in der Stadt gelandet. Und, Alter. Die Reise war schon eine Wildung. Wir sind wirklich die ganze... Durch die ganze Stadt hier unten so. Also alles, was beleuchtet sind so Bereiche, in denen wir waren, halt, sag ich mal, ne? Erst in den blauen. Dann halt ins gelbe. Dann hier ins... Ne, erst ins rote, glaub ich, ne? Und dann hier rein. Ich weiß gar nicht, was wir erst gemacht haben. Ob wir erst hier Wissenschaftler gesucht haben oder die Antennen angebracht haben. Dann später hier hoch. Ich find's eigentlich echt cool. Die Katze hat sich kurz bis hingelegt hier. So ein Mülleimer hier und so. Er ist mega chillig hier. Na, erst mal Katzenradio anmachen. Und jetzt haben wir noch keine Copyright-Ansprecher bekommen, ne? Erstaunlich. Da kann ich, please, please, äh, gib mir bitte ein Stellenangebot, ja, hierfür. Aber auch so, so geil, so eine LED-Unterbeleuchtung mit dieser Holzoptik und so. Sieht schon cool aus. Aber was ich mich frage, wer arbeitet hier hinterher? Hier ist keine Tür. Haben sie hier einfach einen Robot reingestellt, der hier bedient hat, sozusagen. Und so Essen superiert hat. Wo essen wir denn? Wenn die auch nicht hier gehabt haben, weil ich sie ja bloß ein Waschbecken und drei Kühlschränke so. Eher Getränke oder so fettige Sachen einfach halt. So Sandwiches vielleicht oder sowas halt, ne? Aber trotzdem. Reicht auch aus halt, ne? Ist halt irgendwie schon sehr cool. Und haben sie noch ihre geile 16-Stunden-Uhr? Ja, die gute 16-Stunden-Uhr ist ja auch noch hier. Das ist halt wichtig, die 16-Stunden-Uhr. Warte mal einen Moment hier. Ich hoffe, ich muss was ordentliches ändern hier. Okay. Alter, gibt's nur diesen einen Radiosender oder was? Okay, denn halt gar nichts. Und mit dem Bart hast du immer Mut entwickeln und immer hängt er da. Ah. So. Oha. Oha. Und noch mal Monitore. Boah, so richtig alte, olle Röhre-Monitore, ne? Ah, ja. Ne? Hier auch. So weiß ich nicht. Hat aber irgendwie auch was. Vor allem mit diesen ganzen Reden unten dran. Was für was war das? Also ich... Das habe ich immer erzählt. Ich glaube, war das hier irgendwie so viel Kontrast und Helligkeit und so gewesen? Und... Und... Und solchen Kack, den man darüber eingestellt hat? Ich glaube, ja, ne? Ich habe es nicht erlebt so richtig mehr, so die... Also ich habe es darüber auch noch, ne? Gesehen und genutzt und so. Aber ich habe nie... War halt ein Kind, da habe ich halt nie in dieser... Einstellungsmöglichkeit und sowas halt genutzt. Alter, das ist ja... Es ist halt genau mein Ding. So indirekte LED-Beleuchtung hier unter den Stufen und so. Sieht halt mega geil aus. Sieht halt einfach mega geil aus. So bin ich richtig Fan von sowas halt, ne? Und auch mit diesen Akustik-Panelen hier oben, um so ein bisschen so den... Den Hall zu minimieren. Die hat hier so ein Monitor drin. Und mit... Okay, mit so Arbeitsplätzen. Da haben wir schon gestanden. Das ist ein bisschen unbequem halt, die ganze Zeit zu stehen. Aber okay. Die waren doch größer, die Monitore, Alter. Und auch ein bisschen so... So ein bisschen so Bowling-Bahn-Feeling. Aber mit diesen fetten Monitoren, die oben hängen. Irgendwie war das auch immer Röhrenbildschirm, Alter. Weil ich war hier auch ziemlich lange nicht mehr Bowen. Wahrscheinlich haben die jetzt auch einfach Flat-Screens, ja? Aber als ich Bowen war, da waren es noch Röhrenbildschirms. Aber... Hatten wir die Tasse in die Müll einmal schmeißen können? Wahrscheinlich schon. Krieg ich das nochmal hin? Möchte bitte die Tasse... Ach, schade. Okay. Aber ich finde das richtig cool hier. Klar, die Eisbücher sind vielleicht nicht so die tollsten. So hast du halt nicht in Ruhe. Es sind echt viele Leute, die hier arbeiten, aber... Ah. Schon echt geil hier. Aber hier sind auch noch einer. Der hat einfach vier Antennen an seinem Pult dran, ne? Und der hat den geilsten Ausblick, Alter. Ich bin so fasziniert, auf die Stadt drunter zu gucken, ne? Ich finde das so faszinierend, ich weiß auch nicht. Ich finde das so cool. Es sieht so cool aus einfach, ne? Ja, ich denke, das ist definitiv das Gefängnis, würde ich sagen. So, da blinkt immer was die ganze Zeit, ne? Äh... Hier müssen wir uns in Ruhe angucken, hier alles angucken. Hier kann ich einfach... Okay, kann ich da hoch. Das ist der Kontrollraum. Okay, es gibt drei Reihen. ABC, da sind Feuerlöcher. Was haben wir die rote Linie? Das ist vielleicht der Fluchtweg. Was ist dazu ungenau, dass ich das sehen kann, halt, ne? Was so beschrieben ist. Äh, das ist der... Das ist er, der Hauptcomputer. Aua. Äh, dem Großrechter nach zu urteilen war schon seit Jahren niemand hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abredungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieses Systems wieder online bringen. Ja, auf jeden Fall. Um den Menschen zu helfen, so einfach wichtige Grundmechanismen für sowas wie Tageszeit einfach halt auch, oder? So, okay, wir haben natürlich auch so einen Tag-Nacht-Zyklus simuliert mit den Lampen an der Decke halt einfach so. Weil es ist immer dunkel da, ne? Ist doch auch deprimierend, Alter. So, und solche Sachen einfach halt, ne? Welche anderen Wahrdurchsachen halt, ne? Der Computer, äh, die Computer erhalten Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Äh, wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Okay. Ich glaube, es ist ein Sammelpunkt, was hier da markiert haben, das ist in der Mitte. Okay, das ist ein Sammelpunkt. Da ist ein Notausgang. Er hackt hier vielleicht nicht weiter rum. Wir müssen jetzt die Konsolen anschauen. Jetzt den ganzen Motorrad um uns herum. Okay, wir müssen die Computer nutzen und unseren kratzen Pfoten auf der Tastatur rumlaufen. Gehen wir hin. Wait, what? Wir müssen die anmachen, oder? Denk ich, wir werden eher anmachen und nicht ausmachen, ne? Machen wir alles an. Was geht? Können wir das vorne auch anmachen? Ich glaube nicht, oder? Ne, ne. Alter, das sind so richtig so richtig out-school, so fette Drehscheider und Knöpfe mit so Lampen dran. Das ist genau mein Ding, ja? Da war eine Ausbildung sowas so verdraht. Da wirkt uns Schaltschrank oder sowas halt, ne? So eine Meldeleuchten und Knöpfe und sowas dafür. Nebelschalter. Ich finde immer, diese unten indirekte bei euch anders ist doch richtig geil, Alter. Ich finde die richtig cool. Und jetzt habe ich dir ausgemacht. Ups. Na gut. Das hat gut gemacht, mein Freund. Ich habe es gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh no. Warte. Vielleicht lässt sich das umgehen. Bitte keinen Quatsch machen. Ich habe das vielleicht wieder erwächtet oder sowas. Great. Oh, das ist eine Antenne, aber nein. Das ist doch so ein Hologramm. System ist locked. Okay. Da ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Leider gesagt. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Okay, ich verstehe. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hecke mich in die Rechner und tue mir aus einem ein paar Sachen kaputt. Ja, Sagen kaputt machen wir euch dabei. Drei Systeme, denke ich, weil drei Schlösser da sind. Okay, ich verstehe. Also muss ich jetzt kaputt machen? Außer Kontrollroom steht einfach. Excuse me? Wo muss ich jetzt, wo muss ich jetzt was kaputt machen? Irgendwelche Rechner neu ausmachen? Oder? Oder, also ich weiß halt, ich habe, oh, das wäre jetzt ein bisschen verpackt, die Ganze. Ich habe keine Ahnung, wo sich jetzt genau hin soll. Ich hätte es aus dem Kontrollraum wieder raus und irgendwelche Sachen manipulieren oder? I don't know. Muss ich jetzt hin? B12? Können wir nicht mit ihm reden? Können wir nicht mal auf ihn zugreifen? Was ist das für ein Quatsch? Ist er bugt, dass wir uns jetzt folgt? Müsst du eigentlich irgendwie ein bisschen an dem Rechner sitzen und irgendwas versuchen zu hacken und sagen, ey, da und da hin, da und da hin. Du musst jetzt das kaputt machen hier. Irgendwie Kamera runterreißen oder so, aber ich habe das Gefühl, oder müssen wir wirklich da zuweisen, dass er an dieses Terminal gehen soll? Vielleicht gibt es da auch wieder dieses Inspizieren. Mal gucken. Nütze auf die Stuhl, Kätzchen. Hallo? Ich habe das Gefühl, irgendwie ist es verpackt, oder? Oder sehe ich irgendwas? Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal so Warnlampen, die wir in der Rot leuchten wahrscheinlich, wenn wir alles deaktiviert haben. So, weiß ich nicht. Ah, hier ist ein Gebetschloss abgebildet, ich verstehe. Wahrscheinlich müssen wir das hacken oder so, kaputt machen. Da ist noch eins. Okay. Oh, du musst umstoßen. Ah, ha, yes, wir haben was kaputt. Geil. Okay, der erste sicherst, sicherst, ah, jetzt können wir es hacken. Ah, okay. Der erste sicherst, wir händen, das muss mit uns umgangen. Alles gut, das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Oh, Instruction Alert. Das ist Instruction Alert. Oh nein, wir müssen weitermachen. Ja. Oh, yeah. Das ist wirklich eine rote Lampe hier, oder? Ah, ne, ist auch noch rein, okay. Wollte schon sagen, da ist ja eine rote Lampe für alles, so die roten Leute. Ah, okay, sind mehrere verteilt. Okay, ist aber sinnvoll verteilt, nicht so viele. So. Wollen wir dich ja manipulieren, ja? Und wir haben mit dir Klappe. Oh. Pass auf, Ketze, lass dich nicht von der Klappe anschlagen, da, ja? Die brauche ich noch, kleinesischer Franz. Yes. Und jetzt, ran, damit wir zufangen. Bitte nicht kaputt gehen, ja? Danke. Ja, wäre toll, ich brauche die noch. Ich kann nicht der Einzel sein, der hier hat das überlebt. Ja, ja, sieht nicht so gut aus. Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald ich die Arbeitsschutzung geöffnet habe. Er leuchtet rot, er qualmt ganz schön, und ich habe ein bisschen Angst um B12, dass er das nicht schafft, ne, Alter. Wie viel kostet es bitte ein Opfer, um eine Katze zu retten, ey, ist ja, ist ja schlimm, ey, wirklich. Wie viel Roboter sich schon für uns geopfert haben, jetzt noch B12. So, wie? Triege ich? Alter, alles gut, B12, du machst, kniesst das ein bisschen. Hm. Ah, hier oben rauf, oder was? Dann kratze das mal kaputt hier. B12, bitte nicht, ne, bitte nicht jetzt damit rauf gehen, ja, wäre nicht so gut, Alter. Wir brauchen die noch. Oh, shit. B12? Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können den Alarm ausschalten. Okay, okay, ich helfe dir. Wie, wie, wie eine Mauer da, das ist süß. Ach, denn, das meine ich mit Arbeitsstation, ne? B12, machen wir was hier. Uh. Sehr gut, der Alarm ist aus. Äh, das war's. Äh, wir sind in Sicherheit. die Remote Control Station. Da hat wahrscheinlich immer der Chef denn gesessen, der Schichtleiter war es auch immer denn dann. Äh, herzu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zu der unteraktivierung, das zentralte Kontrollsystem der Stadt nötig war, immer sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper vertragen mag. Ach, nein, Alter, das wird's jetzt nicht allein, nicht der Nächste. Ich hab's geahnt, Alter, nicht der Nächste jetzt. Ach, komm, wirklich, bitte. Können wir die trotzdem mitnehmen? Aber da das Sicherheitssystem nun unteraktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Ich, weil, wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Gebüter einlinkte, einklinkte, sammelte alle Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sind. Nein, Alter, macht doch nicht so ein Quatsch. Wir können dir doch einen neuen Köpfe besorgen wie zwölf oder irgendwas. Nehmen wir irgendeinen Wartungspot und stapfen dich da rein oder sowas. Bitte, please, Alter, es können uns doch nicht alle verlassen, Alter, alle, die wir kennenlernen. Wirklich alle, ne? Wir haben keinen einzigen Freund mitgenommen außer B12, der ist in Zimmerträumen und jetzt ist der auch noch sag ich mal dead. So, also, bitte, ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft, in der aber ich sehe eine Zukunft, in der den Gefährten in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Ich bin zwölf, Alter! Aber ich muss unsere Anstrengung noch behalten, ne? Aber ich fahre jetzt dran, Nee, wirklich. Ich muss ja wieder eine Schlüssel vergessen, für die Typen zu holen, ey. Das hätte ich auch noch gerne gemacht, irgendwie dem geholfen, eine Wohnungsschlüssel zu finden. Ich dachte wirklich, wir können irgendwo später noch mal da unten, aber das war leider nicht richtig. Äh, ich, du warst, mein Freund, das Beste, was ich mir wünschen konnte. Ja, du auch mit zwölf! Ich danke dir! Bitte, aber kannst du nicht einfach irgendwie trotzdem mitkommen, ey? Du kannst doch nicht, mach doch nicht so ein Cockpit zwölf, Alter, wirklich. Oh no. Oh no. Können wir ihn trotzdem mitnehmen? Ja, kleiner Franz Schmus mit dem, ja. Das ist richtig süß. Ah ja. Ich versuche da irgendwie noch den, zu helfen oder so. Ja, bleib da, pass auf jeden auf. Ist er jetzt in dem Computersystem drinne, oder ist er jetzt einfach weg? Ich glaube, er ist in dem Computersystem drinne, ne? Please wait, das ist late. Oh, er öffnet die Kuppe. Ich glaube, er ist, er, er ist jetzt, er hat den, den Drohnenkörper verlassen, ist jetzt in dem, in dem System. In dem System, gut, dass ich mein Computersystem erweitere, oder? Alle, die werden gucken, die Roboter, oder? Die Sonne kommt und die zogs vor allem. Das Sonnenlicht. Stimmt, die Möke-TV-Licht. Momo, wie ist der? Alter, alle maximal confused, oder? Sonnenlicht, wir haben es geschafft für sie, ne? Clementine! What? Die Verzeihung hat auch kein Sonnenlicht? Wir liegen auch noch bei B12. Oh no, B12, die Kuppel öffnet sich da. 26%, 27%. Alter! Egal, das geht komplett, ne? Aber da wurde gerade eigentlich üblich zu viel Dreck nach den Jahrhunderten um auf dem Dach so einfach auf Vegetation, so Moos, krass, vielleicht kleine Bäume und da fällt auch ordentlich Dreck runter in die City. Aber halt trotzdem viel besser als einfach das Sonnenlicht halt, ne? Unbezahlbar. Vor allem theoretisch hat es ja jetzt nicht gemacht, die Sonne ist doch gar nicht da oben und Clementine wurde trotzdem jetzt schon berettet, aber eigentlich ist es eher unten in der Stadt gerade einfach nur Sonnenlicht, ne? Aber das ist crazy. Das ist crazy. Alter, ich habe Bock auf das Snack, ne? Ich habe richtig Bock auf das Snack. Lass uns, lass uns hier noch schnell Snack Snacken. Ich habe schon beschriftet, ich habe schon beschriftet, ja? Echt? So, weil ich ziehe keinen Punkt mehr, sonst wo wir, wie mache ich das Team Mobile auf? Shift-Tab eigentlich, ne? Ja, ich bin dumm, ich habe Steuerung, Tab ganz weg gedrückt, Alter. Zu Files Generator Namen, ja, Namen nicht, so von 1 bis 10. Ist nicht mehr mit. Naja, ich bin vor den Falsch-Topf. Und dann mit 2. Erzähl, interessanter ist, übrigens diesmal die Maryland Box, aber auch die USA-Box, Das ist USA? Ja. Maryland, USA-Box. Das sieht interessant aus, aber es kann auch sehr schnell richtig kacke sein, also, lass uns mal überraschen. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein, naja, wir machen mal irgendein Franchise, also irgendein Marken-Franchise hier, ne, und es ist aber einfach nur einfach nur wegen der Marke und das ist einfach kacke und das ist einfach wieder so ein, so ein Schlopp wie irgendein Film, der zu einem Videospiel oder das Videospiel einfach hart scheiße. Okay, warte, ich zeige euch gleich. Und zwar haben wir hier, ähm, das sind, ja, da gönnen sie den Kickbisschen rein, äh, Gummi, Krabby Patties, Wassermelone. Spongebur versorgt uns mit leckeren Krabbenburgern aus der großen Krabbe, bunte Fruchtkriebeburger mit Wassermelon-Flavor. Also einfach so, warum Spongebur mit Wassermelon-Geschmack, Alter, what the heck, Alter, und auch geil, okay, dass so ein Sticker rüberklebt, ja, und der ist einfach gar nicht dran, ne, und was steht da drauf, äh, Seal for your protection, also so, also Siegel zu deinem Schutz, so, es, 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 es klebt halt nicht mal, ja, so, ich kann es da wieder herandrücken, was einfach, vor allem, ein richtiges Siegel hat da irgendwie so ein Hologramm drin, was da kaputt geht, muss abziehen, aber es ist einfach ein fucking normaler Sticker, einfach, ja, der reißt dich mal den Karton kaputt, Alter, ist einfach so ein fucking ganz normaler Sticker, Alter, den kann ich einfach, den kann ich einfach nehmen und kann irgendwo anders aufkleben, aber das denn, das für ein Ziel für meine Protection, Alter, was soll denn der protecten, wenn ich da rande, komme ich da ran, Alter, ich muss den Kack abziehen, Alter, das habe ich von hinten drauf geklebt, also, dann ist ein bisschen Flop, ich habe mich gefreut, Pappkarton, aber natürlich, natürlich, in Plastik eingepackt, einzeln, sowohl, ich habe eine Menge drin, einzeln in Plastik eingepackt, Krabbenburger, was für eine Müll, was für eine unnötige Müllproduktion, einzeln in Plastik eingepackt, dennoch mal, in einer Plastikschale, um dann den fucking Krabbenburger zu haben, was ist denn das für ein Quatsch, Alter, also, die Folie hätte mir schon gereicht, ja, aber dann an der Schale, so eins eingepackt ist generell, aber für so ein Produkt, lässt man das doch gar nicht anders machen, weil sonst fliegt einfach alles hier anders, einfach nur Oberteile und was auch immer, es riecht so, nach super künstlicher Wassermelone, oh, ich habe ein bisschen noch so Feuchtigkeitscreme in den Händen, weil ich einfach Gesichtform sehe, aber, es riecht einfach auch hart, künstliche Wassermelone, vor allem, das Brötchen unten, einfach, genauso wie das in der Mitte, was auch immer das ist, denn, der Deckel ist das gleiche Material, und einfach muss dieses Guteil, das ist eins, was anders ist, ich glaube, das soll, das Fleischpattie sein, oder warum hat es die gleiche Farbe, wie der Boden, und das Oberteil, das macht halt gar keinen Sinn, alles, was ist wirklich das Grüne, was du ausgibst, von Kinski, Salat, so, warum ist das alles die gleiche Farbe, oder, hmm, hmm, ich schmecke jetzt auch richtig künstliche Wassermelone, vor allem, ein bisschen drauf, Produkt of China, kommt das aus China, oder was, Alter, of China, also nicht aus, aber, kommt Spongebob mit der Leute aus China, ich habe keine Ahnung, aber, vor allem, ich hatte bis Dezember 22, so lange war es auch nicht mehr haltbar, hm, die Teile sind wir gar nicht gleich, die, ähm, Rosaneln, und einfach noch, mega von da, nochmal zwei, nochmal zwei, und nochmal zwei, gibt es alle, zwei, vier, sechs, acht, zehn Stück, ne, und alle, einzeln in der fucking Plastikfolie, in der Plastikschale eingepackt, in den Pappkarton, hätten wir irgendwie nur noch eine Plastikschale nehmen können dafür, wäre das nicht noch besser gewesen, weiß ich, muss auch nicht sein, das probieren wir jetzt einen Abbruch, wie der schmeckt, vielleicht schmeckt ja auch noch Wassermelone, das schmeckt halt wirklich in der Wassermelone, come on, come on, ich glaube, er soll so ein bisschen den Rand, also das Grünliche von der Wassermelone, vom Geschmack her darstellen, schmeckt schon etwas anders, ich finde, es schmeckt ein bisschen wie die Schale von der Wassermelone, wird sich üblich, aber ich finde, es schmeckt so, aber geil sind die auch nicht, wenn wir noch einen probieren, also komplett mal, so, dann kommen wir jetzt zu, also wirklich zum ganzen Burger mal essen, ja, so unnötig, sieh, das scheiß Plastikschale, ja, doch, er ist so viel Müll, ne, und auf einmal ist es ziemlich fest, also das Grün ist ziemlich, ziemlich zäh, warum Wassermelone, das hat doch mal gar nichts für den Sponschropp zu tun, oder? Hätte auch einfach, Pfirsich nehmen können, um da irgendwas, alles hinkt, zum Sponschropp zu tun, vom Flavor, hmm, also die, mäh, jetzt zum Schreibtisch gerutscht, also alles andere als geil, ne, das ist ja so, so ein Flop-Produkt, oder, wo einfach der Name einfach, hergegeben wurde, für irgendwas, aber, du machst halt Cash, du kaufst natürlich besser, als einfach normale, Burger mit, Wasserbelon-Geschmack, so, sondern Sponschropp vorkauft es natürlich deutlich besser, ne, aber, also geschmacklich, meins, meins ist geschmacklich überhaupt nicht, ne, also komme ich überhaupt nicht ran, also, ne, das schmeckt einfach nicht mal, das schmeckt einfach nicht mal, das schmeckt einfach nur hart, künstlich, eine Wassermelone halt, ne, ich meine, das wäre so irgendwie, wie eine richtige, das ist einfach nur richtig hart, künstlicher, künstlicher Geschmack, weiß ich auch nicht, nicht, nicht gut, auf Karakai, nachher verbruchte ich, ich will es kurz auf, ihr müsst, nämlich, glaube ich, runtergerutscht, in den Mund, oder reingeslidet, da kann es eigentlich auch liegen bleiben, aber ne, geil ist was anderes, ey, das ist definitiv nicht, das ist definitiv nicht, bah, die sind komisch, logisch, wacke im Mund, ach, ich verstehe, das ist, jeder, jeder Ring, wo Licht dran war, war einfach eine Ebene, von diesen, von dieser Luke, die aufgeht, Alter, äh, mega cool, jetzt fährt es ein Stück hoch, und das ist, Alter, als, ob, Prozent haben wir, 81 Prozent, das ist, warte, der letzte Ring geht auch noch auf, oder was, alles mit Licht erhellt, hier, oha, ja, es geht irgendwie alles auf, fährt es hier so rein, was ich mich frage, ob es hier, wenn es regnet und so, machen die Leute denn, das ganze Pferd zu, hier, ach, das fällt ja nochmal hinter, so eine Barriere, ah, oh, ich glaube, das alles noch funktioniert, einfach halt, nach der langen Zeit, oh, das fällt sogar raus, das ist cool, jetzt einfach alles so mit Licht durchführt, die ganze City, Alter, die wahrscheinlich Maxi Pferd fußen, seit, tausenden Jahren, wahrscheinlich, wenn die, 700 Jahre, alleine im Knast, ne, dann sind wir seit, vielleicht seit, zweie tausend Jahren, die City einfach hier im Dunkeln, haben wir noch nie, tageslich gesehen, vielleicht, und jetzt auf einmal, die haben jetzt ein bisschen Schatten, aber es scheiß drauf, Alter, ist crazy, ey, B12, ist mit dir alles gut, wir können uns einfach, was dazu legen, oh no, OB12, das ist echt, ich denke mal, so meine Vermutung ist, dass er jetzt in diesem Computersystem, was die ganze Gruppe hier steuert, dass er jetzt da drinnen weiterlebt, sag ich mal, existiert, und er sozusagen einfach, einfach über alles wacht, jetzt hier so, das steuert, würde ich einfach sagen, so weit, muss ja auch irgendwo noch gesteuert werden, da passiert nichts weiter, leider, 12, kannst du bitte wieder kommen, ja bitte, ich möchte doch einen neuen Freund haben, über die Außenwelt, sieht schon echt richtig gut aus, Bildschirm, zeig dir irgendwas an, City open, aber ist unnötig, die Bildschirm, oder, dass die einfach nur mal open, oder closed anzeigen, wenn nicht so, dafür so viel, ich dachte, die zeigen, irgendwelche, wirklich irgendwelche Daten halt an, sogar, irgendwelche Überwachungskameras, irgendwelche, wer hat da gar nicht, Sauerstoff, oder, Strom, der verbraucht wird, oder, welche, so wirklich wichtige Sachen, und er muss, auf und zu, ich glaube, es ist eher, es spielerische, einfach so, einfach, dass die, tut das Spiel da, ey, okay, jetzt ist die Türen offen, bei uns sieht es relativ eindeutig, dass die Türen offen sind, die lassen sich nicht stören, die Wartungspots, die lassen sich nicht stören, und die Zooks, dadurch hat er einfach auch, gut ausgerottet halt, klar, da jetzt noch Schatten ist, da halt nicht, aber ansonsten, weil die da das UV-Dicht, immer wieder rauskommen, ist halt vorbei mit denen, heißt, im Endeffekt hat es ja, auch die ganzen Slums, halt vor den Zooks, wenigstens gerade, so, klar, die anderen Runden, die werden immer noch existieren, bei euch ist es die Zooks, das ist nicht mal das Problem, das ist eine massive Tür, der Kanzler überredet richtig, boah, wie verwahrlost, wie das da draußen aussieht, alles so schick und sauber, man kann ja nicht mit ihnen reden, schade, ich habe gewusst, was sie jetzt sagen, weil ich immer gesagt habe, bitte, wenn ich ein zuständiger Sicherheitsingenieur, und jetzt ist er halt so, ja, ist halt, gelöst, richtig cool, auch cool gemacht, die Türen sind fast schön, also, ist halt so eingelassen in der Wand halt, ne, Alter, guck ich das mal an, dieser Kontrast einfach zwischen hier so, richtig modern, alles so clean, Beton einfach bloß, gefließt, und so ein paar Bäume, einfach, und die einfach so, ja, einfach so halt, sich selbst überlassen, klar, war ewig keiner mehr draußen halt, ne, hier wachsen so Pflanzen hier unten drin, alles in Mosicht, die Wände, ich bestand, dafür hat es sich relativ gut gehalten, ne, die Lappen gehen noch, okay, nicht alle, hier unten gehen wenigstens noch, oder das ist einfach alles so, das holt sich in der Tour alles wieder zurück, ne, sieht schon cool aus, wir haben so Cutschen-Balken jetzt bekommen, ich denke mal, wenn wir in den Cutschen kommen, ich hoffe, aber noch ein bisschen, oder, ich weiß es nicht, alle raus in der Tour, oha, irgendwelche Bären da oben, Schmetterlinge, können wir mit den Spielen, ui, okay, die Kamera ist fixiert, oh, das sind Tauben gewesen, finden wir unsere Katzen von den Tauben, yeah, haben wir es geschafft, auch guckt euch den kleinen süßen Racker an, frische Luft, das ist toll, oder, ein bisschen frische Luft, das gefällt hier, ja, da fliegt ein Schmetterling, richtig schön, wieder mal so, so das Tageslicht einfach zu sehen, in die Natur, und alles, wait, wann ist jetzt ein kleiner Hint, dann, Augenöffner, ach, hier miterhalten, da ist jetzt ein kleiner Hint, und das ist das, was das zeigen sollte, dass so ein B12, sozusagen noch da ist, oder dass einfach dieses, böse sind das Thema, das böse Anführungszeichen, dass das noch da ist, ich weiß nicht, man kann es interpretieren, wenn man möchte, oder, entweder so hat das, dass das B12 noch da ist, ein Zeichen, oder, das halt, diese komische Struktur, mit diesen Drohnen, und den Wächtern, und sowas, halt noch da ist, und, war leicht, wie man das alles wieder abriegeln würde, oder so halt, ne, kann ja auch sein, auf jeden Fall, wir haben es durchgespielt, doch, hab ich nicht gedacht, dass es doch dann doch, so relativ schnell auch zu Ende ging, ähm, aber trotzdem zu sagen, wir sind es gestern durchzuspielen, jetzt haben wir wieder, und wir sind jetzt aber auch noch, ja auch noch eine Stunde, über eine Stunde halt noch, ne, also, hätten wir gestern nicht mehr geschafft, aber ich muss sagen, das Game, ne, das Game ist mal was, komplett anderes, was komplett anderes, von der Spielerfahrung, aber es ist so, es ist sehr beruhigend, und sehr, sehr entspannt, klar, du hast auch den Passant, von den Zooks verkennt, aber es ist so sehr, atmosphärisch, es spielt viel mit so, dem Design, mit dem Licht und so, und es ist sehr, es ist auch sehr schön, einfach auch klar, es ist ein bisschen Kuppel, und du siehst halt, in diesem dreckigen Szenario, trotzdem irgendwie so, du merkst, sie haben einfach das Beste aus dem gemacht, was sie haben, so, ne, so, sie haben halt nix, und machen trotzdem versuchen, trotzdem irgendwie sich ein gutes Leben zu machen, halt, ne, und ich weiß nicht, es wirkt so sehr entschleunigt, und es ist, ich hatte mir echt Spaß, es war echt so, so echt so angenehm, es war echt, weiß ich nicht, so ganz beruhigend, das zu spielen, da war echt Thomas rumgelaufen, und als Katze, ne, so, man springt irgendwo lang, war mal ganz andere, ganz andere Perspektive, als Katze, einfach halt, wie als Mensch, die ist, wie so irgendwelche kleine Löcher gekrochen, und irgendwo langgeklettert, und gesprungen, und so, wo wir als Mensch gar nicht langgekommen, ich meine, so auf einer Rutsche mit einem Eimer, so eine Reibahn langgefahren, und so, das hätten wir als Mensch gar nicht machen können, halt, ne, ich fand das mir echt interessant, aus der Perspektive von einer Katze, das war mal ja Katzen, sehr mag, halt auch noch gut, ne, für mich, aber es war echt ein geiles Game, also wirklich, ich hatte mir echt Spaß gemacht, und ich war jeden Cent wert, ich weiß nicht, das hat auch, vielleicht 25, 30 Euro, glaube ich, hat es gekostet, allzu her war es nicht halt, ne, und da, findet ihr was ist, Alter, richtig cool, richtig, richtig cool, und diese kleinen, mini Details halt, ne, wir können miauen, wir können irgendwelchen Sachen, kratzen in die Türen, ne, und so Sachen halt, ne, so Katzen Sachen, die Animation, so halt, die spielt irgendwie rum, oder legt sich irgendwo hin, schläft, oder man kann mit den, mit den Robotern schmusen, und so, das hat sehr natürlich gewirkt, das war richtig toll, so einfach wirklich, man spielt eine Katze halt, ne, das hat mir richtig Spaß gemacht, weil es, war echt gut gemacht, und war eigentlich auch, eigentlich jetzt keine Bugs, weil, also wie gesagt, es war ein Bug mit der Lappe, war es ja im Endeffekt nicht, weil wir einfach bloß halt, nochmal mit B12 zurück mussten halt, ne, also echt, ein richtig, richtig geiles Game, hat mir echt richtig Spaß gemacht, ich hoffe, dass irgendwas noch, ähnliches rauskommen wird, vielleicht vom gleichen Entwicklerteam, wie gesagt, mit nem Hund so, ja, klar, Katze natürlich deutlich cooler, als Hunde so, aber, ich stell mir jetzt schwierig vor, jetzt hier noch, nen, nen, zweiten Teil, so, irgendwie rauszubringen, einfach halt, ne, so, weil, was soll passieren, wie ist denn raus, es könnte jetzt erst wieder in die Stadt zurückgehen, aber es gibt doch kein anderes für uns, als Katze da zurückzugehen, weil wir, weiß ich nicht, ich hab mir ja geholfen, vor, das könnte als Streaming so, bisschen so gehen, aber, wie sollten wir mitkriegen, dass wir die Hilfe brauchen von uns, aber, das kann ich mir jetzt auch wirklich vorstellen, man wird wieder zurückgerufen in die Stadt, und die brauchen wieder Hilfe von uns, weil, die Wächter wieder Oberhand gewinnen, dann versuchen wir die Stadt so ein bisschen zu retten, und zu befragen, was wir letztes Mal ja nicht geschafft haben, bei uns auch hauptsächlich einfach zu entkommen, und wir gehen jetzt in die Stadt rein, und merken wieder alles, wie er genauso kacke wieder vor, und das ist alles doof, und, das ist vielleicht, das, das könnte man so einen zweiten Teil eigentlich machen, ne, dass wir wirklich so dieses, das Ganze, wieder zu befreuen, wirklich den Leuten zu helfen, jetzt haben wir uns das Licht gebracht, die Stirn sperrt, aber die kommen trotzdem nicht raus, und diese ganzen Probleme, und diese Hierarchiestrukturen, in denen sie feststecken, dass die, dass die Ghettos da unten, die Slums da einfach immer noch so abgerichtet sind, verarscht und so, das hat immer noch nicht gelöst, halt, ne, ja, Alter, aber das Spiel, ne, Alter, richtig, richtig, richtig geil, wirklich, ey, das hat mir richtig gut gefallen, Stray, ja, ich will mal gucken, ich will mal gucken, wie viel das gekostet hat, aber wie viel Spiele schon habe ich da noch, jetzt, wie lange habe ich es, um sich zu spielen, ey, ich habe doch zwölf Stunden gebraucht dafür, aber ich hätte irgendwas mit 8 oder 9 im Kopf gehabt, was gerade, glaube ich, ich habe mir auch Zeit gelassen, halt, ne, ich habe mir alles in Ruhe angeguckt, und ich habe leider noch nicht alle Collectivits gefunden, das ärgert mich halt so ein bisschen, halt, ich hätte gerne, gerne Collectivits gefunden, so, oder irgendwie so, dass man einen kleinen Hint bekommt, ey, wenn du jetzt hier rausgehst, ne, dann, du stattest eine neue Etappe, und alles, was du jetzt machst, wie will wir als Zwischenverlassen, wenn du irgendwas machen möchtest, dann mach es noch, ansonsten kannst du es halt nicht mehr machen, so, um diese Collectivits zu finden, gab es halt nur einmal diesen Hint halt, ne, ähm, ähm, Shopseite, ich bin gespannt, wie viel kostet das, 76,99, das ist absolut fairer Preis, absolut fairer Preis, wie das was ist, ja, ich gucke mal, wir haben 14 von 24 Errungenschaften, Katzapult haben wir sogar bekommen, ach guck mal, es gibt graue und es gibt goldene Etappe, Katzapult, springe 5 mal, okay, Augen öffnen, absolviere das Spiel, und öffne die Stadt, ach so, okay, klar, das ist Enterchievement, Speedrun, absolviere das Spiel weniger als 2 Stunden, okay, Kusche mit 5 Robotern, haben wir ja nicht geschafft, schade, äh, was ist noch, sagen wir alle Abzeichen, ja, okay, Sippe durch alle TV-Kanäle, aber durch TV-Kanäle sippen können, als ob, schlafe mehr als eine Stunde lang, dafür gibt es Archiven, und dann gibt es auch 5 versteckte Archivements, oha, oha, okay, was, Global-Rundschaften nicht mehr interessant, die zeigen auch an, wie selten Archiven sind, so, Speedrun, okay, kriegst mich nicht, gibt wahrscheinlich nichts von den Zogs, wahrscheinlich Sterben oder sowas, Pazifist, okay, gewieft, gemietzt, keine Ahnung, haben wir auch nicht, aber Territorium, äh, kratzt dich durch jedes, kratzt dich durch jedes Kapitel, ach so, nee, kaputt kratzt, oder was, aber das ist, weiß ich nicht, 4% haben wir es bloß, weil das, ab, äh, Durchspielarchiven ist ja noch mal ein anderes, ne, ich erinnere mich, das ist wahrscheinlich alle Änderungen zu finden, haben wir leider auch ein bisschen verkackt, schade, kratz, 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 okay, keine Ahnung, ach, wahrscheinlich ist das mit dem DJ, das, weil da so ein Schallplatt abgebildet, ja, ähm, hat ja auch nicht, konnten wir auch nicht machen, Boom, Katzeler, versenke den Basketball, das haben wir gemacht, das haben wir wirklich gemacht, haben wir auch geschafft, ja, bringen die Melodien zurück, genau, Kuschelroton hat er nicht geschafft, äh, kein Leben mehr, stirbt neunmal, ja, genau, haben wir auch gemacht, versuche, mit den Robotern Mayong zu spielen, Katzertrophe, stimmt, haben wir auch gemacht, ich würde die, die Archive mit, na, einfach halt so funny, einfach halt, ne, AI, äh, Katras, ab ins Gefängnis, quasi, ähm, ein Katzesprung, äh, erreichen wir das Stadtzentrum, ne, Katzerpult, springe 500 Mal, miaue 100 Mal, ganz schön, schwarzhaft, okay, neugieriger, neugierig ist der Katze tot, äh, zieh in die Papiertöte über, ja, genau, das haben wir auch gemacht, genau, trifft B12, und stürzt in die Stadt, vor allem, nur 94% haben, das erste Archive inhalt, dass wir in die Stadt stürzen, heißt, sechs Prozent, die die Spiele haben, haben nicht zurückgespielt, bis sie in der Stadt sind, aber es ist relativ wenig, oder, weil es ist bei vielen Spielen, das sind die, das, da haben das Spiel, aber spielen sie aber nicht, gut, okay, macht Sinn, habe ich ja auch spielliche Spiele, ja, macht Sinn, okay, sechs Prozent, aber für den Preis, mehr als fair, ne, echt ein cooles Spiel, kann ich echt nur empfehlen, ne, finde ich echt entspannt, klar, ist halt schade, so ein bisschen, dass halt nur Text ist, also es ist halt keine Synchro, oder irgendwo, so irgendwas halt, ne, du musst halt alles lesen, das halt für Leute, die halt ein bisschen schwierig getan, mit Lesen halt, und so ist halt, auch für mich, nicht unbedingt so einfach, ja, aber andererseits, hätte man es auch nicht, irgendwie gut umsetzen können, weil, wie so eine Katze sprechen, vor allem mit Robotern, alles, was wir da machen können, man hätte irgendwie einen Erzähler mit einbringen können, der das so ein bisschen so begleitet, die ganze Sache halt, ne, so wie in Sustainly Parable, so, alles, der aus dem Off immer spricht, und begleitet, was du machst, aber, ich glaube, so passt es viel besser zu diesem ganzen Szenario, als mit so einem, mit so einem Sprecher aus dem Off, ja, aber ich glaube, es gibt es auch in relativ vielen Sprachen, also, äh, sollte ja nicht für jeden was dabei sein, aber es gibt alles auf Deutsch, also, im Endeffekt, bin ich schon sehr froh darüber, bei Englisch wäre für mich wieder schwierig, okay, ja, okay, in 16 Sprachen gibt es jetzt Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Brasianisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Lateinamerikanisch, Chinesisch, Traditionell, Türkisch, Niederländisch, und Portugiesisch, Portugal, 16 Sprachen, das ist eine Menge, also, da sollte für jeden was dabei sein, und wenn nicht, hat man immer noch Englisch, ja, ja, das ist nicht schlecht, und es ist ein fairer, für die das Steam Deck Spiel, also, es ist Steam Deck kompatibel, mhm, mhm, ja, guck mal, auch die Bewertungen, ne, 10 von 10, 10 von 10, 9 von 10, ja, äh, also, das kam auch echt gut an, bei irgendwelchen Testzeiten, ne, äußerst positiv, ist auch echt, also, ne, das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, ja, Stray, Alter, gerne mehr, gerne mehr, ich war echt, ich bin echt heavy mit diesem Spiel, das ist so toll gewesen, ja, hat mir echt richtig Spaß gemacht, ey, wirklich, Stray, so süß, Alter, so süß, die Katzen, ich werde mir auch gerne mal, die TikTok-Clips mal angucken davon, ne, die kleinen, süßen Racker, Alter, die waren so cute, die waren so cute, und, was soll ich noch gucken, irgendwas soll ich noch gucken, ähm, ach so, stimmt, ob die Entwickler noch andere, Spiele rausgefahren haben, ah, die haben 10 gegenstände Punkte-Shop verfügbar, also in diesem Steam-Punkt-Shop gibt es so, ah, guck mal, es gibt Profil in der Gründe und sowas, aus diesen ganzen Stadtbezirken und sowas, ey, die sehen eigentlich richtig cool aus, die sehen richtig cool aus sogar, die sehen richtig cool aus, und eigene Sticker haben die, ja, okay, ne, alle Ninja-Katze, klar, die kaufe ich mir, ja, ja, ähm, ich bin jetzt abgelenkt, jetzt, ich wollte eigentlich gucken, wer das entwickelt hat, so, Publisher, Entwicklerstudio, Blue, Tvelli, Interactive, was habe ich noch rausgebracht, vollständige Liste anzeigen, Stray, irgendein, komplett anderes, Genre, das sieht sehr bunt und schnell aus, okay, ich bring wieder Games raus, äh, ist aber auch alles bunt durchgemischt, bin ich beim Publisher, oder bin ich beim GameStudio, das hat die Publisher-Seite, mh, weil das GameStudio hat keine Seite, das GameStudio hat keine Seite, okay, macht Sinn, deswegen ist es bunt, bunt gemischt, weil es einfach der Publisher ist, ähm, oh, die begeben 10% auf alles, okay, ah, oh, okay, verstehe, okay, nee, hat sich geklärt, ich wollte gerade sagen, crazy, dass es der gleiche Entwickler ist, aber er ist der gleiche Publisher, also der, der Entwickler ist ja der, der das Spiel hat, programmiert, und umsetzt, ne, und designt, und der Publisher ist der, der das auf den Markt bringt, der halt Werbebudget halt aufbringt, und das, ne, bewirbt, auf die Plattformen bringt, ähm, vielleicht irgendwelche Messen veranstaltet und sowas, und das ist der halt, der sozusagen hat den Verkauf übernimmt, und dafür eine Provision bekommt, so kenne ich es halt, ne, und hier war halt der gleiche Publisher, äh, What Remains of Edith Finch, rausgebracht, war ja auch ein sehr gutes Game, das haben wir auch gespielt gehabt, also es ist vom gleichen Publisher, aber es ist wieder ein anderer Entwickler, also eben, andere Unternehmen, die das Spiel programmiert und, und gemacht haben, ja, also kann man nicht sagen, ah ja, crazy, dass es die gleichen Leute sind, es sind ja nicht die gleichen Leute, die es programmiert haben, es ist eigentlich bloß der gleiche, Vertrieb, sag ich mal, die gleichen Leute, die es auf den Markt gebracht haben, und mit Budget unterstützt, sagen wir noch, Publisher unterstützt auch das Entwicklungsstudio mit Budget, und sowas, und sagt, ey, hier, so und so, und hier habt ihr Budget dafür, dann und dann so draus kommen, klar, und manche Publisher machen auch richtig Druck, und sagen halt, ey, bis Weihnachten kommt die Scheiße raus, so, Weihnachtsgeschäft, gibt kein Geld mehr hier so, und die haben Überstunden gekloppt, hier bis zum Abwägen, die Kacke muss fertig werden hier halt, ne, das gibt's halt auch, ja, so, und dann kommt manche Spiel einfach unfertig, voll verbuggt, einfach auf dem Markt, einfach auf dem Weihnachtsgeschäft, und das Geld einfach, in dem Moment, einfach dem Publisher einfach viel wichtiger ist, als, ne, vollwertiges, bugfreies, spielbares Spiel, und das ist hier sehr gut gelaufen, ich meine, das Spiel, ist alles andere als verbuggt, ne, also, große Bugs gab es nicht, also, die sie mal ab und zu ein bisschen gehangen haben, gelischt haben, so, aber ganz, ganz selten, so, eins was mir erinnert ist, ab dieser Steuerkonsole vorhin, da auch ein bisschen rum, kühlt rum, uns bewegt, aber, ansonsten hat die Katze sich oft, sehr, sehr natürlich, und, und, echt bewegt, es kam, eine echte Katze von der Bewegung hat, außer, wenn du halt wirklich das provoziert hast, sie haben es auch geschafft, dass es teilweise ein bisschen weird aussieht, aber, ansonsten sah es sehr, fand ich echt, eine Realitätseine Bewegung, und in der, in den Moves, die die Katze macht, halt aus, das haben sie echt gut gemacht, die Katze nachzustellen, weil du kannst die Katze nicht einfach in so ein, Motion Capturing einfach rein, troppen, denke ich mal nicht, glaub nicht, dass die Katze sie machen lässt, zum Motion Capturing, ich hab keine Ahnung, ich glaube, ich glaube nicht, ja, ich überlege, es ist immer doof, hier mit Hitman weiterzumachen, aber, dann müsste ich jetzt den Stream danach cutten, aber ich glaube, ich hab's gar nicht runtergeladen, ich glaube, ich hab's gar nicht runtergeladen, damit fällt der halt schon wieder aus, so, bis ich Hitman 3 runtergeladen hab, ey, willkommen, Alter, das dauert ewig, Hitman, 3, wie groß ist denn das Spiel, 66 Gigabyte, okay, 7 Stunden, ja gut, die, 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 die Ansage, die stimmt überhaupt nicht, 7 Stunden, so lange wird das nicht dauern, für 66 Gigabyte, oder noch ein 66 Gigabyte, er hat es, der sagt mir 2,5 Stunden, okay, das wird weniger Zeit, aber trotzdem, oh fuck, das hat vielleicht dauert limitiert, das bleibt, das streamen wir drunter, ach, es ist begrenzt, okay, alles gut, ja, so eine Stunde braucht trotzdem, das warten wir jetzt nicht, ne, das warten wir jetzt nicht, aber ich kann gucken, gibt es irgendwelche DLCs, ich hab alle DLCs, ja, ich hab glaube ich, die Computer Edition damit gekauft, doch nicht, ich hab doch nicht alles, sieh ich gerade, ach so, ja, okay, hier fehlen so Sachen, wie, äh, Access Pass zum zweiten Spiel, und zum ersten Spiel, dass man halt die Maps aus dem ersten und zweiten Teil nehmen kann, und ich sag, aber das brauche ich nicht, okay, hier gibt es auch noch Storyerweiterung, Seven Sins, Akt, sechs, was, okay, in sechs Akten habe ich aufgeteilt, nochmal ein Zusatz, immer für die Fünfer, ich verstehe, okay, okay, das ist aber auch, da haben wir noch eine Menge DLCs, die ja zukauft werden müssen, ach, da gibt es eine Seven Sins Collection, Seven, Deadly Sins, also sieben tödliche Sünden, wenn ich das richtig verstanden habe, und es hat natürlich, sieben Band, okay, klar, sieben tödliche Sünden, es hat sieben Personen, ja, okay, aber, immer für die Fünfer, ne, äh, wieder 30 Euro, nur für DLCs, ja, so kann man auch Cash aus dem Game rausdrücken, ich glaube, ich habe auch relativ viel Geld bezahlt für die Deluxe Edition, ähm, da werde ich das aber noch dazu kaufen, denke ich mal, sieben tödliche Sünden, ja, mal gucken, aber das mache ich, außer vom Stream, ich will mal gucken, ob es vielleicht noch woanders noch gibt, vielleicht als Kilo, so relativ günstiger, aber 30 Euro ist schon ein bisschen Geld halt wieder, ne, ich bin überlegt, dass ich das Spiel auch erkauft habe, ne, ähm, für nicht wenig Geld, ähm, naja, werden wir sehen, aber ich glaube, das werde ich schon dann doch spielen halt, ne, Hitman 2 ab zu Ende gespielt, doch, klar, ne, das habe ich durchgespielt, glaube ich, ne, I guess, weiß ich gar nicht mehr, gucke ich mal nach dem Stream nach, ähm, weil da gab es ja auch so, Events Sachen und sowas, die haben wir nie angefangen, da gibt es ja, du kannst ja wirklich komplett versinken, da gibt es so, wirklich so, am Wochenende ist dann hier, das und das Event, der und der Gast kommt zu Besuch, und da hat man bloß einen Versuch, und dann muss man das machen, und so, aber das war, das war mir immer zu viel, ich wünsche euch immer noch einen wunderschönen Abend, ja, ähm, wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr, wenn nichts dazu kommt mit Bereitschaft, I don't know, wir werden es sehen, ich hoffe nicht, ne, drück die Daumen, ähm, ansonsten, ich bereite es mal vor, Hitman 3, wird es dann morgen geben, ne, und dann gucken wir mal, wie es wird, ich lasse mich überraschen, ich habe Bock drauf, ist ja auch schon relativ lange draußen, ne, und ich habe das Gefühl, guckt dann auch keiner mehr, also, also, guckt keiner mehr, aber, wenn ein Spiel neu rauskommt, ist es halt im Hype, und dann gucken halt viele Leute das, weil sie das geil finden, ich glaube Hitman 3 ist ein bisschen tot mittlerweile, oder, Hitman 3, ich gucke mal, auf Steam, hat doch noch 3200 Zuschauer die Kategorie, okay, aber in Deutschland streamen das zwei Leute, mit, einer mit fünf, äh, mit zwei Zuschauern, um mich zu, fünf kurz zu sagen, okay, ja, also, ja, also, ähm, ist nicht schwer, in Deutschland dann zu streamen, und dann, äh, mit beiden Zuschauern zu sein, weil man, zwei und fünf, so, okay, sind wahrscheinlich irgendwo mal mittendrin, ist anscheinend nicht mehr so aktiv, was sieht, wie sieht es bei Stray aus, muss ich vergleichen mal, Stray, hat 500 Live-Zuschauer, und in Deutschland sogar, einige Kanäle, die auf deutsches streamen, der meiste mit 63, aber das sieht aus wie Just Chatting einfach gerade, da ist einfach Just Chatting, was die streamt, oder? Excuse me, aber das, das ist nicht Stray, weil du da machst, hm, I don't know, das ist Just Chatting, aber dann doch, ja, noch 35 Zuschauer, 32, doch noch, aber ich bin, ich seh mich auch, yes, ich seh mich auch, auf dem Startmenü, und das hier wird auch am Ende gerade, interessant, interessant, okay, boys and girls, ja, ich wünsche euch einen wunderschenden Abend, ja, ist heute ein bisschen kürzerer, auf jeden Fall, ähm, hätte ich das gewusst, hätte man das irgendwie, weiß ich nicht, aber ich überlege halt, aber irgendwie anders, hätte man es auch nicht können halt, ne, weil, gestern hätte es einfach nicht reingepasst, das war ja schon 2020, oder wo wir aufgehört haben, da nochmal Stunden extra, ich hätte mir auch noch was gemacht, am Stream halt, ne, so, also, ah, ja, das ist halt doof, so für den, für den, für den, für den Wochenend, so viel aufzuhören, aber, ah ja, ist jetzt so, gut, okay, genug gelabert hier, ja, äh, ich wünsche euch einen wunderschenden Abend, oder nach, na, ich würde eher sagen, Nachmittag, ich wünsche euch wohl schon Nachmittag, ja, um wir sehen uns morgen wieder um 15 Uhr, zu einem wunderbaren, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, ne, und, äh, bis morgen, tschüssi.